Höre, glaube und lebe durch das inspirierte Wort Gottes. Herzlich willkommen zur täglichen Andacht aus Maranatha, einem Andachtsbuch von Angie White. Zeugnis im individuellen direkten Kontakt 7. April Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16 Warum versuche nicht alle, die angeblich Gott lieben, ihre Nachbarn und Kollegen aufzuklären, damit sie diese großartige Rettung nicht mehr länger versäumen? Christus gab sich in einen schändlichen, qualvollen Tod und zeigte damit seinen großen, inneren Einsatz zur Rettung der Verlorenen. Christus ist bereit und er sehnt sich danach, alle zu retten, die zu ihm kommen. Sprecht mit gefährdeten Menschen und bringt sie dahin, auf Jesus am Kreuz zu blicken, der stirbt, damit er ihn vergeben kann. Sprecht zum Sünder mit einem Herzen, das von der zarten, verständnisvollen Liebe Christi überfließt. Das Gespräch soll tief und ernst sein. Kein rauer, lauter Ton sollte zu hören sein, wenn man die Seele dafür gewinnen will, aufzuschauen und zu leben. Als erstes muss euer eigenes Wesen Gott hingegeben sein. Lasst eure Herzen zerbrochen werden, indem ihr zu eurem Fürsprecher im Himmel aufschaut. Wenn ihr dann sanft und bescheiden geworden seid und euch Gott untergeordnet habt, könnt ihr Sünder, die umkehren wollen, ansprechen als solche, denen die Macht der erlösenden Liebe sehr wohlbewusst ist. Betet mit diesen Menschen und bringt sie im Glauben zum Fuß des Kreuzes. Nehmt ihre Gedanken mit empor und richtet den Blick im Glauben dorthin, wohin auch ihr schaut, auf Jesus, der die Sünde trägt. Bringt die Leute dazu, von ihrem armseligen, sündigen Zustand weg und hin zum Heiland zu schauen. Und der Sieg ist errungen. Dann betrachten sie selbst das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Sie sehen den Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Sonne der Gerechtigkeit sendet ihre hellen Strahlen in ihr Herz. Die starke Flut erlösender Liebe ergießt sich in die ausgetrocknete und durstige Seele. Und der Sünder ist zu Christus hingerettet. Der gekreuzigte Christus sprecht davon, betet davon, singt davon. Es wird Herzen brechen und gewinnen. Das ist die Macht und Weisheit Gottes, um Seelen für Christus einzusammeln. Klischees, gestellte Formulierungen, die rein argumentative Darlegung von Themen, das alles bringt nur wenig Gutes hervor. Die schmelzende Liebe Gottes im Herzen der Mitarbeiter wird von denen erkannt, für die sie sich einsetzen. Seelen dürst nach dem Wasser des Lebens. Seid doch nicht leere Brunnen. Wenn wir ihnen die Liebe Christi eröffnen, dann könnt ihr die Hungrigen, Durstigen zu Jesus führen. Und er wird ihnen das Brot des Lebens schenken und das Wasser des Heils. Amen. Der Herr segne und behüte dich und gebe dir seinen Frieden. Bis zum nächsten Mal zur Andacht mit dem Thema Gebt Alarm am 8. April. Gebt Alarm am 8. April.